Alles gut, ähm, nächste Runde, Adam. Heute gegen Dark Moon. Du hast die Qual der Wahl. Welchen Champion möchtest du gern spielen? Ähm, Wawik. Wawik? Ja, alles klar, Wawik. Gut, na dann wünsche ich dir wieder mal viel Glück, ne? Möge eine bessere gewinnen und hau rein. Oh, Barriere und Flash, ey. Du schmeißt mir den Fuffi so in den Klub. Gott, was kauft man sich denn da, ey? Oha. Oha. Ohoho. Ohoho. Schmeißt du ja gleich Pots ein, ne? Ja. Ich seh schon, es wird nix. Alter, vier Pots schmeißt er sich ein. Irgendwie leckig ein bisschen. Ohoho. Ohoho. Zwei Dronans. Zwei Dronans. Ich hab mir gedacht, ich kann immer alles drei. Ja, weil die Blauen, das stimmt. Die braucht man als Wawik, weil da kannst du dann mit die Fuß übelst aufs Arbeiten. Aber er weiß nicht, ob die Schuhe da so gut sind. 170er Ping, ey, was da los? Ey, die Hinschäle sind verboten, ne? Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ey, du heilst dich mehr, als dass ich dir Schaden machen kann. Ja, liegt halt, ne. So dann dringend. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's echt interessant. Haha. Ab. Gut, 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 gut. Na, ich spiele hier bei ein bisschen. Oh. Oh Gott, keine Ahnung. Nice. Ja, ist was. Hehehe. Oh Gott. Du hättest nicht stehen bleiben dürfen. Ja, ich dachte, ich krieg noch ne Q drauf, aber hat's keine Ahnung mehr. Alter, ich hab so Mana-Probleme, das ist abartig. Ja, ja. Ich spiel jetzt voll AP. AP? Ja. Ja. Nur dass da die Q was ziehen, oder wie? Mhm. Ja, muss mal schauen, ob das gut ist. Du hast im Normal-Game, auf dem Mittleren, hat's schon immer gut geklappt. Komm, ich spiel ab. Mhm. Aber ich glaub, im 1 gegen 1 musst du eigentlich fast immer, immer ARD spielen. das geht immer am meisten ab. Uh. Uh. Der tat weh, der tat weh. Uh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Oh, Gott. Oh Gott. Oh, 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 oh. Ja, nein. Nein, nein. Oh, halleluja. Naja, nein. YOLO Aber es ist mir leider noch gut gezogen Einen Tower bekomme ich gar nicht, oder? Lass mal einen Tower hin, du WUH! Natürlich kein Mana NICE! Ich dachte du kriegst noch eine Q drauf, weil dann hätte ich es geschafft Ich hätte gedacht, dass das Überleben nicht hofft ist Ich habe jetzt nicht Barriere benutzt Nur vielleicht Die Qs machen schon stark Schaden Vor allem, ich habe die ja hochgeskillt Jetzt fällt dein Tower Oh Gott, oh Gott, oh Gott Der ist weg, auf jeden Fall Hast du ein bisschen viele Elo? Silver 3, aber ich war gestern in meiner Promo zu Silver 2 Ich bin gerade wieder abgestiegen Ich will noch Games... Ja, du warst Gold 3, oder? Ich war jetzt Gold 3, ja Jetzt bin ich wieder auf Gold 4 Oh, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, was ich da gerade mache Ich habe gerade ein Trollgame gehabt, weil das war so krank Da habe alle getrollt, da habe ich auch wirklich getrollt Das habe ich so verkackt Weil da bin ich von 0 Punkte abgestiegen Naja Bei mir war gestern sonst Internet in der Promo und nicht so schön Oh Gott LOL Ich glaube die war useless Ja, die war echt schlecht Oh Oh Ach du Scheiße Alter Vater Diese Qs ey Oh Full AP ey Scheiße Die hauen so rein Ach du Heilige Aber beim Pushen ist es jetzt nix Oh Gott Was muss ich da jetzt... Da muss ich mir mal ein Markagesstens kaufen glaube ich Ja, in 1000 Ja, dann kriegst du auf jeden Fall Ja, läuft Das ist gemein AP Da muss ich echt aufpassen ey Das wird echt lustig noch glaube ich Hm, glaube ich auch Aber ist halt sehr mana lustig Aber ich mache schon ganz schön gut Schaden Weil ich hab 151 AD Und du hast bloß Wie viel hast du? 96 Wuuuuh Also Nein Haha Die Q Klinge des gestützten Königs beste alter Die haut, die haut rein Weil du hast ja 5x, 5x äh treffereffekte ne Und da 5x dann die Klinge des gestützten Königs Das ist viel zu op 1,88 hier schlägischer Oh, die haut rein ey Ne Ne Das dürfte ich gewinnen Das dürfte ich gewinnen Das dürfte ich gewinnen Ja AD AD ist meistens besser als du musst Junge Ich geb dir mal ein tipp Du Du bist auf Du spielst auf AP Du bist eigentlich ausgelegt, dass du bloß an die Qs triffst Weil wenn du ins normalen Fight rein gehst Dann verkackst du es Also nochmal ein tipp Ähm Versuch bloß die Qs zu setzen und wieder abzuhauen Hm Alter Komm ich bitte wieder full life Vielleicht Okay Oh Rappernotten Ne Ne Ja Ich weiß nicht warum Aber Ja Das passt auch Geht 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 Mich da jetzt dein Gewicht tot Oh Die warriere war gut Die warriere war echt gut Konntest du dich hochhalten und hast mir auch Und stirbst aber nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Jetzt mach Ulti Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Okay 50 AW Wow Nein Oh der war gut Der war gut Oh Der war gut von dir Shitty shitty bang bang Ja Jetzt komm die Super was Ja jetzt komm aber Jetzt hab ich erstmal shoppen ey Jetzt hab ich erstmal fett shoppen Alter du bist aber schon wieder full life Scheiße Rappernotten Aber ich glaube mehr als einmal darfst du nicht mehr sterben Ja Ja das wird jetzt der letzte Bin mir sogar ziemlich sicher Naja wenns du noch Wenns du mich noch ein zwei mal killst oder so Bevor Ich dich killen kann Dann schaffe ich Ja ich kann halt nicht so gut pushen Da gehts weniger Ja das stimmt auch wieder Ich muss jetzt meiner sparen Ja würde ich auch machen Ja sonst verlier ich wieder zu viel meine Und trotzdem Hallo ich bin da Ich bin da Kleine Annie Notkäppchen komm her Oh Gott Oh Gott Oh Ich dachte einfach die Super Minions Na das machen Nein Das ist echt ne dummes Sprechen AHHHHH Nein oh nein Keine Annie Disrespect Ne ich bin's noch nicht Na die Minions Es wäre gut wenn jetzt meine Minions spawnen Ok Passt Komm verteid doch mal die Minions Ja das schaub ich nicht Boah du magst guten Damage ey Schöne Schau Ja Aber GG GG Ja wow weg Schöne Runde Du bist im Moment Alle Die Die